So, wir spielen hier eine Runde Day of Symphony. Gestern ist nie ein Early Access erschienen. Sozusagen ein spiritueller Nachfolger zu Day of the Peak, würde ich jetzt mal sagen. Ist nicht besonders hübsch. Also sieht jetzt nicht wesentlich besser aus als Day of the Peak. Basiert auch auf der gleichen Version der Source-Anseln, wenn ich das richtig verstehe. Und selbst wenn es eine fortgeschrittene Source-Anseln sein sollte. Also, hier... ... hat sich nicht... OY Mettys! You're ready for another adventure! Oh... Oh yes, I am! OY! You got a fucking lovely voice, Gavin, eh? Thank you so much! OH SHIT! And now I am dead! I heard a pfff and I'm gone. Yeah... Nun denn... Also Kommunikation scheint hier das A und O zu sein... ...ich weiß natürlich... But we're back alive! I weiß natürlich hier nicht... Oh... Staying alive, staying alive! Oh... ...aah... 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 Staying alive! Nope... Da kann man sich mal solche... Alright, 1st rule of war. If you find grenades... ...don't pick them up. 2nd rule of war. Don't hold grenades too long. 3rd grenade... Try and unite! Haaaah! Shit! Ah! Fuck me! Oi! You're supposed to shoot him! Yeah... Yeah... ...wie man sieht... ...bin ich nicht besonders gut im Zielen... ...aber es macht trotzdem Spaß! Scheiß drauf! Ja... ...n sehr gesprächiger Mitspieler hier... Äh... ...da macht es doch umso mehr Spaß! So... ...wir müssen jetzt also hier irgendwo den... ...punkt der unten... ...decken... ...wird you fucking stop throwing... ...shooting shit at me... ...you... ...bitch! ...you... ...stupid... ...fucking... ...bitch! Oh... ...so lange... ...I'm talking to you motherfucker... ...up there! ...come to... ...get you motherfucker... ...with a silence fucking pistol... ...fucking fucking bomb mate! ...es wird mal wieder Zeit... ...es... ...the renaissance... ...der zweiter Weltkrieg-shooter... ...I fucking saw you! ...I'm still not sure... ...ob... ...the... ...oh... ...I'm coming to get you! ...he's up there! ...okay... ...there's just a fucking hell in the way! ...he was right here! ...he disappeared! ...if we sit right here... ...bet we can shoot a few of them! Oh, he got executed! ...fantastic! ...glarious, good sir! ...glarious, good sir! ...I found this fucking hot... ... ... ...ah, dammit! ...behind you! ...behind you! ...behind you! ... ...we got a fucking machine gun! ... ... ...don't look out that doorway! ... ...oh, Jesus! ...oh, shit! ...I got him! ...I got him! ... 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 Sonntag morgen kann ich sehen, wie man spätzt. Sie alle folgen auf mich, wie ich weiß, was ich mache. Jesus. Oh! Ich höre friendly gunfire. Ich liebe die Sonne von einem Gun in der Morgen. Oh shit, fucking Grenade. Yo, motherfucker, are you in there? What the fuck are you running around corners for? Ich hab ihn erwischt. So, ich hab auch mal einen erwischt. Schon der zweite. Toll. Deutsche Köthen. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab mich nicht gehört. Ich hab gerade eine fettige Strähne. Da ist meine Stirn gewischt. Ich verfolge jetzt Nackenplatz. Aber wo ist denn unser... Da ist er nochmal. Fifeless? 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 Da ist unser Anführer. Wo ist er denn? Meine Güte! Da ist er ja, Mindless. Dann versuchen wir ihn mal. Durch den Wald und durch die Füßen. Und unseren guten Freund Mindless zu unterstützen. Der sieht man da, scheinbar. Oh, 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 was war das? Was war das? Fuck, fuck, fuck. Wo seid ihr denn noch, Alter? 14 Waves. Oh, only one player left. Oh, only one player left. That's very good, mate. Oh! He got fucking smoked. Yes, he did. Yes, very good. Oh, they're in a battle! To the death! He's the last remaining player. Does he even know it? Kucken wir mal zu, ja? Machen wir uns vielleicht sogar ne Zigarette an. Hello darkness, my old friend. I am dying in this game. Okay. Can I copy? Can I get it? Are you ready? Are you ready? Nope. 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 Not really. She wants us to break through Jenny's defenses here, and disable the communications. And when you do find the comms gear, smash it to bits. Don't forget your radios so we can call for some support fire. We got the big guns, so let's fucking use them. Alright, lads. Woohoo! Yeehaa! Sorry. Alright, let's go left. Everybody left. This way. No, left. Other left. Yep, this way. Now we're gonna go up the road. It's like a normal day. Now I'm gonna fuck these coats up, okay? Uh... Officers... Haken... And also... Charge! Of course. Yeah. Listen to what's happening here. For the queen! They're doing something wrong. They're shooting in the base. They're not supposed to do that. Oh, well. We gotta... We gotta drive it! Finally hit! Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw wo ist mein blitz mein blitz ah! mein offizier geh nicht ohne mich cover me you bastard im loading on me you sorry buggers on me you sorry buggers if we spot a barker it would be nice geisha Ich brauche etwas Fl 앞ungsband... Schon wieder meine Fresse, kann jaSO... Well fuck! Hello darkness my old friend! So, nehmen wir mal, ja so'n, ich weiß gar nicht mehr was das heißt. Mein zweiter Weltkriegs-Wissen ist so langsam ziemlich kaputt. Aber es macht mehr Bums. Übrigens hier, ne, nur über Kim und Storm ziehen, alles andere macht gar keinen Sinn, auf der Hüfte schießen, no chance! Und... ...at all! And now... ...I'm gonna die! Will ich schon wieder sterben? Hallo! Brauch ich da jetzt mehrere Leute um diesen Punkt einzunehmen oder was? Ist das so wie bei Battlefield? Das quasi... Nja... Wahrscheinlich hat sich deswegen nicht bewegt. Ich nehm doch wieder meine andere Waffe hier. Das hat doch eigentlich besser. Unser One-Shot-Guy! Ha 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 ha! Ah... Hm... Kein Mindless da. Muss ich von alleine erst mal sterben. Officer Mindless, where are you? No capture! I can only hold for so long! I can only hold for so long! No capture! I can only hold for so long! Is that a thing a German would say? Scheiße. Gute! Oserrore! Ro DOWN! Super red! He's Double cutting! And we're getting into that car! Yeah... Sau聞k! Yeperv Pretend! es ist kaputt er hätte ich bin tot immerhin habe ich geholfen einen flanken und ich habe auch schon zwei oder drei feinde geschossen deutsche jetzt sind wir ja auch ein bisschen näher an der frontlinie gespawnt heißt ich muss nicht immer im gleichen ewig langen weg gehen einen anderen weg nicht nicht es ist eine gute Chance damit wir uns nicht es ist 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 Very nicely Don't be fucking afraid I got shot from the back Stingy twas Throw me some ammo! What can we do? We can throw munitions Or throw I have to put the Tasten Because Z is here Drone Or But Z is of course A lot of stuff I can do Hey, throw a bit of ammo Yeah Yeah I can't believe that I can give munitions What the heck a little bit How is that look? I can't believe that I can give munitions I can pass you As you can see Ich hab ihn, hab ich ihn, hab ich ihn? Nein. Aber Manno, hör doch mal auf da rum zu ziehen. Ich kriege ihn, ich kriege ihn, ne? Ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Let's move! Get to the house! On my way, sir! Alright, mate! Just get inside, eh? Clear the fucking door! Get upstairs! Well, something happened. Ich denke, man darf hier jetzt eigentlich auch nicht sprechen. Hm, die Feinde können dann ebenfalls hören. Also, das ist quasi... Wenn sie sich in der Nähe befinden, hören sie sozusagen auch die Sprachkommunikation. Hey, aber immerhin, ich hab Vorarbeit dabei für die Erstürmung. Das ist auch für die nicht erfolgreiche Stürmung. Aber naja. Commander Falcon! Komm! Ja, hör mal! Scheiße! Jetzt müssen wir dieses Olle Haus jetzt hier mal... kriegen. Na? Die Karte heißt übrigens Reichswald. War da einer? Oder war da nur ein Baum? Oh! Oh, fuck! Warum auch immer ich jetzt mit der Granate da reingelaufen bin. Aber ich wollte wahrscheinlich einfach nur Dinge tun. So. Oh, da bin ich wieder. Wo sind denn die anderen, bitte? Guys, where are you? Alright. I'm gonna suppress, you're gonna move up. And then we're gonna switch, okay? Three. Two. One. Move! Fuckin' hell, help! Everybody! Loading! 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 We're gonna do a new mission. Okay? Okay. We're gonna attack from... Where the fuck are we? We're there. Okay. We're gonna go... This way. They will never see it coming. They're like, what the hell they do? Why they fuckin' now come? Meanwhile, we're like, super secret spy shit, yeah. Are you ready to attack? Get close. Get close. Get real close. Watch out. Watch out. Watch out. There's enemies. Three. We're gonna charge you on my countdown. Three. Two. One. Charge! He killed himself. Go! 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 In the window! There's a German upstairs! Hey! Fuck! Oh, you fucking bitch! Alright. We're gonna do it again. No, we're gonna do it again. It worked. Now we have people there. You know? To be super secret and shit. I wish people had hand grenades. That would be really nice. Also a bit of the very amusing active player here. That can be a bit of a good idea. Hello darkness. Smile. You fucking stupid hell. Alright, almost there. Yes. We're gonna stay at the bottom floor if we can. Let them come to us, okay? Go this way around the tank. Actually, can we take them out from here? Actually, can we take them out from here? Go! 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 I'm here to help the攻報 of the house! First of all, I will shoot WOM in somewhere. Nobody will eat anything! Oh, was? There's fucking Curements everywhere! This is fucking insane! Man, ey. Man, ich kann jetzt mal schnell hier was... Alright, there we go. Let's go, lads! Oh, we spot a Barker, we be nice! Oy. Mate. There's a machine gunner outside, okay? Let's fucking take these cuts. Head on. We're gonna fling around right side. Eh, we're getting shot at. Don't go that way. Come on, lads! He's in the window! Right side, window! Oh, my name goes there. Man, man, man. We need to go back on the floor. We need to go back on the floor. Really? So, weiter geht's. Das Video ist wahrscheinlich jetzt schon verdammt lang, deswegen werde ich es wahrscheinlich gleich noch erstmal beenden. Aber ich hoffe, ihr konntet einen Teil des Spaßes nachvollziehen, den ich mit diesem Spiel habe. Ich kann jetzt auch noch nicht aufhören. Was war das? Was war das? Pineapple Jolly. Pineapple Jolly. Hey! Oh, das ist wieder der Spaski. Ich hoffe, das ist irgendwas zu kräften. Da war was. Da war was. Er ist da nicht mehr. Er ist da da. Wenn man meint, es darf nicht sterben. Hallo? Hallo? Ich bin zwar hier gut versteckt, aber ich selbst sehe auch nichts. Wo seid ihr alle? Oh, das wollte ich nicht. Nein! Ich sehe niemanden. Niemanden sehe ich hier. Ähm... Wo seid ihr alle? Hilfe! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich ficker! Ich hätte ihn einfach so ausschalten können! Oh! Was lädt er denn so lange in den Haar? Ha! Ha! Tja! Meiner Langsamkeit bist du nicht gewachsen! Chimisch! Echt! Oh mein! You fuck! Echt! I was trying to scream from- To you, from the dead man. But it didn't work. That's okay. Next time! Bis zum nächsten Mal!